Der HSV hat ja am Samstag gegen Elversberg ja eine 2 zu 1 Niederlage erlitten, mal wieder gegen einen Aufsteiger, aber darum geht es nicht, es geht mir viel mehr um die Defensive vom HSV, weil das was ich gesehen habe, das hat mich wieder in so ein Flashback versetzt, wie es eben die Jahre davor auch war und zwar, dass der HSV sich selber eben geschlagen hat durch individuelle Fehler. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ey Kick-On, Fehler passieren, da gehe ich auch vollkommen mit, natürlich ein Spiel lebt auch von seinen Fehlern, aber in so einer Häufigkeit, wie es beim HSV eben der Fall ist, so große Schnitzer, wie zum Beispiel so ein Hansi Kartunisch, das passiert halt oftmals nur dem HSV und das kann eben nicht sein. Diese individuellen Fehler, die vermassen uns jedes Mal wirklich auch den Aufstieg und darum geht es mir einfach, dass die Jungs nicht richtig wach sind oder ich weiß auch nicht, wie sie eben immer wieder diese Fehler konstruieren. Hätten wir nicht so einen Daniel Heuer-Fernandes hinten drin, der uns oftmals noch die Dinger rettet oder so viel Glück, dass der Gegner keinen so richtigen Stoßstürmer da vorne drin hat, ey wir hätten keine Chance. Solche Fehler werden in der Bundesliga so hart bestraft, Darmstadt kann ein Lied davon singen, also da muss der HSV auf jeden Fall noch zulegen und da ist jeder Verteidiger wirklich hinten in der Pflicht beim HSV, diese Fehler mal abzustellen, einfach eine konzentrierte Leistung zu erbringen. Und auch der Trainer muss auch mal ein bisschen umschalten, dieses hohe Pressing ist ja wirklich schön und gut, aber manchmal ist es eben einfach zu viel des Guten. Wir haben nicht so schnelle Innenverteidiger, ein Schonau ist auch kein Sprintgarant und das muss er einfach eben checken, das muss er einfach sehen und diese Fehler werden dann auch nicht mehr in so einer Häufigkeit, denke ich mal, passieren. Was mich wirklich oftmals in Rage versetzt, ist eigentlich unser Aufbauspiel, ja dieses hintenrum Passe, dieses hintenrum Rumgeeiere, dieses spielerische Lösen, nicht mal den Ball weghauen, wenn es mal nötig ist. Ja immer zwingend diesen Pass suchen, ich verstehe das nicht, wirklich nicht und da brauchen wir einfach ballsichere Spieler und das ist weder ein Sebastian Schonlau noch ein Dennis Hansi Kadunisch bei mir gegen Elversberg gewesen. Also wirklich gerade auch Hansi Kadunisch war Unsicherheit pur, Miromuheim da links, ich glaube wir müssen nicht darüber reden, dass er offensiv einen guten Schuss hat, aber hinten beim Verteidigen passieren ihm so große Fehler, gerade auch bei der Ballannahme oftmals, dass dann ein Einwurf für den Gegner heraus geholt wird. Das kann man einfach nicht mehr entschuldigen und Van der Bremt, wirklich der Typ ist unglaublich geil. Ich bin ein riesen Fan von ihm, er sucht auch immer wieder diese offensiven Laufwege, auch hintenrum ist er sehr sehr gut, er ist eigentlich unser einziger schneller Verteidiger da hinten, aber sonst wirklich Schonlau zu langsam, Hansi Kadunisch zu langsam und Miromuheim zu offensiv, ja der muss auf jeden Fall mal hinten bleiben. Ganz ehrlich, Moritz Haie ist für mich sogar fast schon die bessere Option als ein Miromuheim, weil er kann sich nur immer nach vorne einschalten, aber hinten, hinten ist eben sein Hauptjob und den vernachlässigt er für mich komplett. Und jetzt bloß nicht falsch verstehen, natürlich will ich auch, dass der HSV weiterhin so offensiv eben, ja das Spiel bestimmt, so viele Tore schießt, das ist alles wichtig, aber mich regt es einfach nur auf, dass ich eben wieder die gleichen Fehler sehe wie die Jahre davor auch, dass ein Tim Walter nicht mal die Taktik umstellt, wenn er sieht, ey es passt heute nicht, heute muss ich mal einen anderen Ansatz wählen oder mal früher wechseln, mal einen neuen Impuls schaffen oder sonstiges. Da kam in meinen Augen viel zu wenig, das Mittelfeld war tot, die Offensive war tot und die Defensive war komplett unsicher und viele haben ja auch begrüßt, dass Sebastian Schonlau ja wieder da ist nach seiner langen Verletzung, da bin ich auch komplett dabei, aber gerade für diesen Taktikstil, gerade weil er so eben vorne verteidigen muss, also ganz hoch stehen muss, Schonlau ist auch nicht der, der schnellste und ich fand ihn auch nicht gerade sicher und souverän gegen Elversberg. Also ganz ehrlich, der HSV hat mir am meisten gefallen, damals noch, wo eben Hansi Kadunisch noch nicht da war und eben Schonlau noch verletzt war und Ambrosius und Ramos eben zusammen in der Innenverteidigung standen. Klar, das war mehr Spektakel, aber das hat sich viel, ja, belebender angefühlt, dieses HSV-Spiel als jetzt. Jetzt wirkt es wieder ein bisschen statischer, jetzt irgendwie merkt der Gegner viel mehr, was wir vorhaben als davor. Das ist nur meine Wahrnehmung, aber ich finde irgendwie auch ein Schonlau verlangsamt eher das HSV-Spiel, da will er irgendwie das Spiel bestimmen. Ist so eine Art Spielmacher eben in meinen Augen sogar und, ja, will halt die Pässe immer wieder haben, sucht halt das Aufbauspiel, ist ja alles schön und gut, aber der HSV muss eben flexibel sein im Angriff und der braucht Tempo da vorne drin und nicht irgendwie so ein langsames Spiel, weil, ja, dann kommen wir nicht zu Torchancen. Meine Alarmglocken sind einfach nur angegangen gegen dieses Spiel, gegen Elversberg, weil es gab so oft solche Spiele schon in der Vergangenheit, wo der HSV sich so statisch angefühlt hat und ich war endlich mal glücklich, gerade in den ersten Partien gut gegen KSC, jetzt auch nicht so souverän, aber trotzdem, die ersten Spiele waren wirklich so belebend, so frisch vom HSV und jetzt fallen sie ein bisschen in alte Muster zurück, das müssen wir auf jeden Fall ändern, wir müssen die individuellen Fehler endlich mal abstellen, natürlich Fehler passieren, aber nicht in so einer Größe und in nicht so einer Häufigkeit, das ist ja der Wahnsinn, wir sind ein Verein, der um den Aufstieg mitspielen möchte und da dürfen wir uns solche Fehler wirklich nicht leisten, weil die Konkurrenz schläft nicht, klar, Schalke und Hertha sind am Boden derzeit, die haben jetzt zwar gewonnen, aber die sind noch weit weg von unserem HSV, aber solche Mannschaften wie ein Rostock, wie ein Kiel, wie ein Hannover, wie ein Kaiserslautern, die wollen alle auch natürlich aufsteigen, natürlich ist das nicht ihr Hauptziel, was alle von ihnen erwartet, aber die wollen natürlich auch in die erste Bundesliga und der HSV muss jetzt endlich mal kapieren, dass die wirklich jedes Spiel hellwach bestreiten müssen und das sollten sie auch, was diese Leute eben für Gehalt verdienen, müssten die eigentlich immer hunderttausendprozentig motiviert sein, gerade mit diesen Fans, gerade mit allem eigentlich, die müssten jetzt mal wirklich sich an den Eiern packen eigentlich und sagen, ey Jungs, wir sind jetzt so lange schon in der zweiten Liga, jetzt wollen wir es wissen, jetzt wollen wir endlich mal aufsteigen, jetzt wollen wir es jedem beweisen, dass wir gut genug sind und gegen Elversberg hat mir das einfach gefehlt. Gegen Elversberg war es für mich wieder eine, ja, fast schon tote Mannschaft, also ich habe meine Mannschaft wirklich nicht mal wiedererkannt, die ersten zehn Minuten waren okay und danach hat uns Elversberg bespielt und das kann es halt einfach nicht sein, aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung dazu, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es erlebt habt, ob ich eben auch richtig liege oder falsch liege, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo und ich weiß natürlich, das war ein Fehler, ein Ausrutscher, aber dem gab es in der Häufigkeit schon Genüge, deswegen, ja, dieses Video, wir sehen uns im nächsten, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.